Moin Leute, herzlich willkommen zur fünften Folge von Minecraft Exit. Mit dabei immer noch Zombie, Maudado und German. Let's Play. Ich bin noch dabei. Ja, du bist überraschenderweise bist du tatsächlich noch dabei. Es gab ein paar Einwände in puncto Operation Lama, weil Mangiel meinte, es wäre ein bisschen Zeitverschwendung, weil wir sind in Folge 5, sieben Folgen noch und dann müssen wir den ganzen Schlüssel für den Wither haben, um dann gegen den Harry zu kämpfen und die Chance für einen Schädel liegt irgendwie bei 1 bis 2,5 Prozent, wenn man Plünderung hat, irgendwie bei 5,5. Das wird haarig. Jetzt geht es erstmal auf den Server. Oh Gott, ich habe den Timer. Okay, 3, 2, 1, Ö. Haben wir beim letzten Mal vergessen, das Ö, ne? Was? Ja, es gab kein Ö. Oh, wie lustig. Was denn? Ich bin schon drauf. Habt ihr den Timer gestellt? Ja, ich habe den Timer gestartet. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich mich direkt bewegen konnte. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Wie lustig. Das ist echt so ein bisschen so, okay. Ey, ja, Operation Lama, wir brauchen erstmal eigentlich richtig krasses Equip. Wir brauchen Bücher, wir brauchen einfach Bücher, wir brauchen Level. Ja, wir brauchen nur ein bisschen. Wir können eine Minifarm bauen an dem Mob-Spawner, den ich da gesehen hatte. Ich grab mich jetzt hier erstmal weiter runter, damit wir hier direkt eine Mine haben, weil hier hat sich ja noch niemand bis nach unten runtergebunden. Doch, wir waren schon da. Ich weiß, wo war das nochmal? Ach, da in der Höhle, in der ersten, die wir... Echt? Da seid ihr auf DIA Höhe? Ja, ja klar, da warst du doch mit. Ach so, das meinst du? Nee, nee, ich habe halt keinen Bock, da immer hinzuladen. Also gehen wir jetzt Strip mine. Wir hatten doch in dem Dorf was angefangen, Manu. Ich habe... Ja? Ich bin auf jeden Fall schon auf Höhe... Ich könnte mit Glück 1, mit 15 Leveln auf Glück 1 verzaubern. Also halt dann drei Level ausgeben. Worauf? Auf eine Eisenspitzhacke? Ja, alle Spitzhacken. Ist ja in der Bestand egal. Ach so, das ist echt? Und was ist mit einem Buch? Ist es? Nein, bei mir war es anders. Doch, doch, bei mir war es auch so. Hat mich auch gewundert. Ich habe kein Buch, Manu. Ja, warte, dann gebe ich dir eins. Aber wozu? Kannst du auch direkt draufzaubern? Nein, 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 weil das dann günstiger ist mit dem Verknöpfen. Ja, aber ich denke, da ist es nicht kompaktiv. Das ist immer nur für die Sachen, glaube ich. Ja. Naja, im Buch ist ja wieder was komplett anderes. Also ich bin jetzt schon auf Höhe 37. Ich bin super schnell. Ich schaffe das. Ich finde hier noch richtig krass... Ich bin nur für 20. Ja, Morda, du kannst du das hier zaubern? Aber meine Mine ist direkt unter unserem Haus. Heißt, ich muss zu fahren gehen. Aber ich probiere es erstmal mit dem Buch. Ja, warte, ich komme. Ich bin, glaube ich, da. Ihr braucht jetzt nur noch Diamanten, oder? Und Gold am besten. Ja, genau. Und Diamanten und Gold am besten dann auch nicht abbauen, bis wir eine Dings-Fortune-Spitzhacke haben. Ja, genau. Das ist alles locker easy. Wenn du die Silk-Touch-Spitzhacke hast, damit könntest du es zum Beispiel auch abbauen und dann einfach mitnehmen. Ich habe auch Glück eins, ne? Ja, okay, das heißt, wir machen eine Eisenspitzhacke. Wir brauchen aber unbedingt... Guckt auch immer auf eure Schwerter wegen Plünderung, ne? Ja. Das ist halt auch super wichtig, weil wenn wir den Dude nicht beschwören können, das wäre mega feinlich. Aber Glück ist erstmal wichtiger, damit wir die Dings-Fortune haben. Ja, das stimmt, definitiv. Also ich habe jetzt Höhe 16. Wie viele Level brauche ich? Okay, ich habe eine Höhle gefunden. 14 brauche ich, Mordado. Oh, komm schon. Ja, ich brauche 15. Dann mach das aber auf eine ganz frische Eisenspitzhacke. Ja, klar, natürlich. Ich bin ja nicht dumm. Das ist ja geil, doch. Oh, das... Willst du nicht mal die Geschichte erzählen, die er uns eben erzählt hat, Mordado? Dass ich vor Exit einkaufen wollte, zum Geldautomat wollte und dann 7 Minuten an ihm vorbeigelaufen bin? Das ist nichts, wofür man sich schämen muss, Mordado. Das hätte den Besten passieren können. Ganz ehrlich. Also ich bin auch so ein Garant. Hast du gerade damit gesagt, dass Mordado nicht der Beste ist? Doch. Das passiert den Besten. Ich bin enttäuscht. Ich bin... Ich sag, das passiert den Besten. Ja. Damit habe ich doch gesagt, dass er auch einer von den Besten ist. Oh Gott. Ja, doch stimmt. Ich fühle mich nicht beleidigt. Keine Angst. Danke. War auch auf gar keinen Fall so gemeint. Ich sehe gerade in seinen Kämen, Alter. Der ist ganz rot und heult. Ich oder Mordado? Nein, Mordado. Weil ich ihn so krass beleidigt habe. Ja, ich bin ein krasser... Ich lasse mir das aber nicht annehmen. Mist, ich bräuchte unbedingt einen Wassereimer. Es nervt hier unten ohne Wassereimer. Ich könnte dir einen geben. Ja, dann bring mal bitte einen. Ich sehe, ich bin da. Ich bin da. Achso, du bist da. Ja, klar, Junge. Ich bin bei dir. Ach, da oben. Hallo, Minja. Alter, das erinnert mich ein bisschen. Schon ein bisschen an Varo, Alter. Was? Sorry, das war nur ein Reflex. Oh, da ist Lava. Na, interessant. Ja, ich brauche Wasser. Du hast kein Wasser. Ja, hier unten ist... Irgendwo habe ich hier Wasser gesehen. Kannst du das bitte zubauen, dass wir da nicht sterben? Ja, hier ist eine Wasserquelle. Mit einem Creeper. Oh, gratis. Ja, ja, der springt da schon rein. Hi. Hallo. Guten Tag. Brauchen wir noch Wasser für irgendwas? Äh, nein. Vorsicht, boah. Äh, Eisen. Ja, kann man immer mal mitnehmen. Ja, voll, für die Erfahrung. Wir brauchen ja jetzt alle unbedingt Klebe. Ja, ja, eben. Nimm alles mit. Ach so. Oh, vor allem auch Kohle und so. Okay, ich habe Wasser. Come to me. Okay, perfekt. Hier, nimm. Äh, I'm there. Give it to me, baby. Aha. Aha. So, warte mal. Wie viele Level fehlen dir denn noch, Mordado? Oh, das Gold. Ich bin gerade bei Level 5 und ich bin gerade in der Höhle und baue hier alles ab, also. Aber wie viele fehlen dir? Ja, 10 Level. Ah, 10. Es kann doch nicht sein, dass es hier keine Lava gibt. Äh, keine Deals. Das ist nice. Wir könnten eventuell schon in diesem Part Glück 3 bekommen. Ernsthaft? Ah, ne, Glück 2, Glück 2,5. Wieso, wieso backt das hier teilweise so ein? Ja, warum, was kannst du auf deinen Schwert machen? Auf meinen Schwert? Nein, nein, Glück kein Loot. Ja, auf deine Spitzsacke. Ja, Glück. Auch Glück 1. Ja. Ja, und ich auch, dann haben wir ja Glück 2. 3, ja. Ja, vielleicht kriegt ihr auch mehr, habt ihr auch mehr Glück und kriegt Glück 2. Ja, stimmt, man kann ja auch mehr bekommen über einen Random Faktor. Ja? Ja. Also, ich kenne das so, dass da noch mehr aktiviert wird. Ja, es kann, ja, vielleicht, vielleicht haben wir halt das Ultra-Glück. Genau, direkt Glück 3. Minecraft-Klückroh ist das hier. Das kann nicht wahr sein. Ich bin, ja, mit 17, 17 sind ja immer noch Dias, ne? Äh, würde ich jetzt nicht denken. Nee, ich laufe ja gerade halt nur durch eine Höhle. Achso. Achso. Also, wow. Oh, Alter. Mal eine kontrollierte Sprengung. Achso. Natürlich. Alter, hier ist ja, hier geht es ja überall ab. Ich habe mich aber, glaube ich, schon direkt verlaufen. Geil. Oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich tatsächlich ein Problem. Oh Gott. Alles gut, alles gut. Alles im grünen Bereich, Leute. Alles gut. Alles gut. Nein. Alle kontrollierte Sprengung. Oh Gott. Wie, 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 wie? Alles Obsidian. Oh Gott. Jetzt schnell was essen. Ja, Obsidiane brauchen wir auch noch für das Portal. Ja, eben, eben. Also, wer hat die Dias-Spitzhacke? Äh, ich, ich habe die Dias-Spitzhacke. Alles gut. Ich, ich komme, ich komme irgendwie zurück. Ich weiß zwar nicht, wo ihr seid, aber ich komme zurück. Ich bin da, wo wir uns gerade verabredet haben. Ja, warte. War ich noch damals? Ich guck noch kurz. Das war geil. Ja, war immer geil, Alter. Immer geile Party mit dir. Ja, ja. Ja, ja. Oh, Alter, bei mir hat es gerade, ich hatte gerade richtig Low Frames. Die Lava zieht zu viel Perf... Wow. Ja, die sieht auch krass aus. Ich wäre beinahe in die Lava gefallen. Gott sei Dank habe ich geschnickt. Ja, du hast Wasser. Also wäre eh nicht so schlimm. Keine Dias brauchen wir ja auch noch für einen armen Boss. Ja, eben. Wir haben da alles mit. Das ist ja richtig gut Erfahrung. Das ist ja richtig krass. Okay, ich gehe jetzt mal. Ich sehe euch, ich habe aber überraschenderweise, also jetzt wirklich überraschenderweise, keine Freaking Dias gefunden. Vielleicht bin ich zu blind dafür? Oder zu blöd? Oder beides? Ich glaube, du bist so... Wer braucht ihr die... Was? Hast du dich erschreckt? Ich bin mir vor dir erschrocken, ja. Oh, au! Ich muss mal schnell was essen. Wer braucht ihr denn jetzt die Spitzhacke? Hä? Also kein... Nee, nee. Jemand soll da mit Obsidian abbauen. Das mache ich da jetzt nicht. Ach so, Obsidian. Ach so, ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Vor einem Level. Noch drei. Wofür brauchen wir Obsidian? Für das Hirnportal. Ach so, haben wir noch gar nicht genug geholt. Nee, nee, wir haben jetzt noch... Ich habe ein bisschen... Also ein bisschen müsste da noch rumliegen, glaube ich. Wie viel brauchen wir denn? Ich habe ein bisschen was. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ah, da ist einer von der Palette. 12 hat man, glaube ich, wir brauchen. Also holen wir einfach 12. 12 ist safe. Okidoki. Ja, Maudado, hol du dann mal 12. Nee, Maudado nicht. Nein, nein. Entweder... Ja, weil er... Er braucht noch Level für die Glücksspitzhacke. Ach so. Okay, dann mache ich das halt. Ist in Ordnung. Hier hast du Wasser. Hast du Wasser? Was denn? Hast du selbst Wasser oder brauchst du welches? Nee, ich habe Wasser gegeben. Ich habe alles gekömmert. Ach, komm, da drunter. Ach, jetzt hätte ich das wirklich mal machen sollen, was Maudado immer gesagt hat. Weil da drunter war jetzt wieder Lava. Immer Wasser, während du Obsidianen abbaust. Ja, ja. Bomm, in dem Projekt. So, warte. Das wäre so retardiert. Ach Gott, hier ist ja überall... Was ist denn hier los? Ja, hier an Lava dann zu sterben, das wäre wirklich ein bisschen doof. Okidoki. Ich freue mich schon auf dir, Equip. Weißt du, worauf ich mich freue? Was denn? Auf geile Spiele 2017. Kommt eigentlich irgendwas Geiles dieses Jahr raus? Auf irgendwas habe ich mich gefreut. Habe es aber vergessen. Vielleicht Last of Us 2. Nee, aber das wurde noch angekündigt. Nee, das kommt doch nicht. Ich wollte gerade sagen. Das dauert noch 20. Ist denn hier die... Ah, nee. Hier ist jetzt keine Lava. Hier ist auch noch Lava. Wie nervig ist das denn? Jetzt mach das, dass du wegkommst. Das geht mir richtig auf den Keks. So, warte mal jetzt. Aufhören die zu beleidigen, oder? Wieso? Ja, sie ist böse. So, da... Beleidigen ist böse? Ja, ja. Hier ist einfach überall noch in diesem Ding Lava. Das ist doch wirklich ein Scherz. Das geht mir gerade richtig auf den Keks. So, komm. Jetzt mach mal hier alles. Ich seh euch auch, Alter. Ich seh Palette. Da hinten ist noch irgendeiner. Das ist bestimmt Mordado. Ich baue das jetzt mal. Alter, ich wäre fast in Kies erstickt. Das wäre lustig geworden. Ja. Das wäre ein bisschen nervig. Jetzt komm, Lava. Mach das, du wegkommst. Dankeschön. Brauche ich das eben wieder ab. Alter, ich kriege gerade einen Krampf mit dir. Kann das bitte irgendjemand anders machen mit dem blöden Obsidieren? Das geht mir richtig auf den Sack. Ich bin richtig weit weg, Alter. Weil, das ist halt... Ja, wir brauchen das auch jetzt nicht. Dann lass es. Ja, ja, jetzt müssen wir nicht ständig... Nee, wir haben ja direkt... Also hier ist ja überall eine Lavaquelle. Also das ist ja kein Problem. Okay. Mann, das... Ich weiß auch nicht, was da jetzt die perfekte Taktik gewesen wäre. In Wasser reinstellen. Ja, ja, aber trotzdem, da bringt ja... Uh, hier liegt einfach Kohle rum. Ja, aber das ist halt echt richtig nervig. Nee, das macht halt auch einfach... Alter, ich hab richtig viel Gold. Ja, aber mittlerweile geht es ja schneller. Früher war Obsidianerbauen noch langsamer. Echt? Ja, ja. Haben sie es verringert. Irgendwie halbiert. Oh, ja. Okay. Oh, da hab ich... Alter, wie krass ich den Pilz wegge-wreckt hab. Soll ich aus unserem Gold einfach nur Goldäpfel, ne? Mehr nicht. Ja, ja. Wir brauchen auf jeden Fall... Oder OP-Äpfel. OP-Äpfel wären auch krass. Aber ja, haben wir so viel, dass wir uns OP-Äpfel machen können? Nee, nicht alle. Vielleicht können wir einen in eine OP-Äpfel machen und das dann... Genau, das stellt sich rein. Ja, und den trocken wir dann demjenigen, der ihn braucht. Oh! Ja, Tränke könnten wir eigentlich auch anvisieren. Ja, Tränke brechen, aber ich kenn mich in Sachen Tränke. Dias! Nice one! Ich hab auch Dias! Richtig krass. Äh, oh Gott, ich hab viel Schaden. Ähm, sollen wir das jetzt einfach abbauen? Nein, 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 nein. Ja, aber ich weiß doch nicht, wie soll ich das denn markieren? Schreib einfach in die Koordinaten. Schreib uns die Koordinaten. Ja, hat Zombie jetzt schon Silk-Touch? Hä? Ne, ne, die ist weg, die Verzauberung. Oh. Nein! Hä, für was hast du das denn jetzt geopfert? Ich weiß es nicht mehr, die war auch immer weg. Oh, Modato, nehm dir jetzt einen Creeper. Ne. Passt da bloß auf, Leute. Oh! Okay, ja, warte dann, ich mach dann einmal... Ja, toll, dann muss ich mir die Chords jetzt hier aufschreiben, oder was? Ne, mach einfach einen Screenshot. Drück auf 3. Ne, ich hab's in die... Hier in den Chat. 17.3.0.2. Ich hab's ihm jetzt einfach aufgeschrieben. Der hat einen Stift, Leute. Ja, ich hab... das ist ein ganz gemeiner Filzstift gewesen. So, das waren ungefähr die Chords. Wie lange haben wir noch? Äh, wir haben noch... Lass mich kurz nachgucken. Drei Minuten! Oh. Drei Minuten, dann müssen wir... Ja, das war jetzt mal... Oh, dann gehen wir so, ich kann nix verzaubern. Ja, ich hab genug Level. Ja, aber wir müssen uns ja noch zusammencraften, sonst muss dann einer von euch machen. Ja. So, ich guck mal hier. Stimmt, stimmt, weil die haben ja dann noch Level übrig. Was ist das denn für ein fricken Tunnelsystem? Hier ist super wenig Dias. Drei Dias sind hier. Super viel. Ne, bei mir sind auch, glaub ich, irgendwie drei oder so. Jetzt bei mir hier, aber keine Fackeln mehr. Ich bin auch ein bisschen am verhungern. Aber ich glaub, hier geht's eh nicht großartig weiter. Ich komm mal wieder zurück. Ja, okay. Gut, warte mal. Dann schreib ich dir auch mal auf, die Koordinaten. Ja, genau. Schreib die auf jeden Fall auf, dann haben wir das schon mal. Wie viel Glück haben wir denn jetzt? Was ist das Höchste, was wir beibekommen? Wir haben gleich zwei. Oh, Dias, die geben dir ein Level. Oh. Ja. Oh, ich dachte eben, das wäre ne Todesnachricht. Im GameCat bringt es uns nichts viel, die sind ja so direkt weg. Oh, hier ist noch Gold. Nice one. Tut mir leid, dass es ein bisschen dunkel ist, aber dann müssen wir... Ho, ich hab nen Spawner gefunden. Oh, das ist gut für den Level eigentlich. Ja. Dann haben wir zwei, nice. Was ist in dieser Kiste? Ich muss wissen, ich muss noch bevor die Folge... Ja, ich hab hier gerade Kohle. Oh, ich hab auch Dias. Nice one. Nice. Hä? Schreiben wir es alle auf. Ich dachte, hier ist beim Spawner immer ne Kiste. Ich muss es nicht aufschreiben, es ist direkt neben und beim Spawn. Also direkt wirklich da, wo man in Kohle landet. Hä? Oh, scheiße, jetzt hab ich... Oh Gott, ich seh einfach gar nichts. Komm schon. Oh nein. Wie ein Paluten das überleben, man weiß es nicht. Nee, also... Äh, da war jetzt nicht so großartige Spannung drin. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da war... Aber ich hatte kurzzeitig ein Pipi in den Augen. Okay, ich hab die Dabe. Okay, nice. Äh, ich geh jetzt einfach mal raus aus dem Ding. Die Pipi in die Augen reingeballert worden, Alter. Chris? Oh, hier geht's... Okay, jetzt geht's hier auf einmal wieder direkt runter. War ich hier schon mal? Achso, oh, hier... Ja, toll. Ich guck mal auf, wie viele Dias ich hab. Gucken, hier sind... Auf jeden Fall drei sind sichtbar. Yo, da sind... Ja, nice. Dann haben wir schon, ich glaub, 15 oder so insgesamt. Ich hab hier... Ohne Glück. Fünf. Fünf Stück, glaub ich. Wow, das ist viel. Warte, wenn da sich jetzt auch noch einer hinter einer versteckt... Ja, ja, auf jeden Fall. Oh, geil. Ich guck nochmal da drunter. Ja, warte, ich muss noch weiter minen. Oh, da ist noch einer. Alter Schwede, das ist fett royal. Also, das könnte richtig krass werden. In meiner Quelle sind acht Stück. Oh. Wow. Weißt du, ich war grad ein bisschen stolz, dass ich hier sowas fettes gefunden hab, weißt du. Und dann kommst du mit... Oh, ich hab auch gefunden. So, warte mal. Ja, gut. Äh, dann, dann... Ich bin hier nicht wieder raus. Einfach nach oben. Als Tipp. Ja, jawohl. Danke für den Tipp. Ja, kein Problem. Ja, ich hab' ich den Ausgang gefunden. Nach fünf Jahren. Warte mal, ich weiß gar nicht, auf... Ey, aber ich bin auf Höhe 22. Warte, warte, warte. Weißt du noch, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben? Warte mal. Nee, überhaupt nicht. Noch 20 Sekunden. 20... Okay. Okay, ja, warte. Ich guck mal hier. Ich hab' Glück 1, Halbbarkeit 2. Aber es ist dann auch wieder ein bisschen teurer. Aber es geht, es geht. Okay, gut. Dann hat er nicht den ganzen Tag ruiniert. Nur den halben. Leute, wenn euch diese kleine Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schaut unbedingt. Wirklich unbedingt. Bei Zombie, Maudado und German Let's Play vorbei. Nunzig. Also da gibt's wirklich, äh, erotische Videos. Manuel hat letztens, äh, gestrippt. Maudado nimmt immer oberkörperfrei auf. Und Zombie generell nackt. So, äh, Leute. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Morgen um 14 Uhr geht's weiter. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.